halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's der bio begrüße euch zu einer weiteren folge sim simulator schön dass ihr dabei seid hier heute mal nur bus unterwegs hier mit dem solaris ihr schaut sehr das sieht gut aus also vom modell her der mobil nur 12 hier sind wir heute auf der linie jetzt kommt zu 99 unterwegs wir sehen auch wir haben gleich wieder abfahrt deswegen ganz lange reden sondern eventuell hier alles vorbereiten das wäre großartig und ja von daher dass wir überraschen was uns heute hier in der folge erwartet also gerade bleiben da haben wir den airport shuttle und höher lassen wir uns überraschen los geht's ab rein ach so naja das ist natürlich ein bisschen schade ohne ohne dashboard fährt sich natürlich nicht so schön drehen irgendwie hätten wir alles ausfallen müssen kann sein naja das war natürlich professionell wie irgendwie so 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 Oh. Interessant ist, dass er auf der Gegenspur sagt, dass wir hier im Gegenverkehr gefahren sollen. Vertraue uns einfach mal, den anzeigen hier und fahren wir mal so ein bisschen hinterher hier. Der hört hier was zurechte, wirklich. Auf halbe fast hiebt sich hier durch die Stadt hier. So. Stopp. Stopp. Untertitelung. BR 2018 Ja, so können wir uns auch mal so ein bisschen die Stadt hier angucken, wie sie aufgebaut ist. So eine kleine Stadtautobahn hier. Hier ist geradeaus eh durchgestrichen. Kannst du eh nicht geradeaus fahren. So, dass wir hier rein müssen. Dann werden wir mal hier schleunigst hier reinfahren. Und dann mal gucken. Vielleicht mal ein paar Fahrgäste. Ja, aber nur ein Fahrgast hier drin. Da geht noch mehr. Da geht noch was. Aber eigentlich schon sehr weitläufig die Karte, ne? So. So, stehen wir hier, pünktlich, das ist ja mal was, wir und pünktlich, dasartig, wir und pünktlich, so, der Linie 99, Airport, mal kurz warten, und dann können wir gleich hier weiterfahren. Ja, also wie gesagt, soviel zum Sim Simulator, aber wie gesagt, ich musste alles ja eigentlich nicht mal erwähnen, hatten wir ja alles schon runtergekaut, jetzt geht es ja einfach nur darum, ein bisschen was zeigen, ein bisschen was faden hier, ne, von daher, das sieht auch recht modern aus, so Solaris, also. Toll. Dabei wollte ich nur die Ampel mitnehmen, bin da erstmal gegen dieses Stingel da gefahren, da. Mann, wirklich, wirklich, das ist sehr ärgerlich. Bitch. Ach, ja, naja, so ist das. Der Airport Express. Ah, ja. Ich würde sagen, wir passen im Eingang, die Paint hier und sowas, du hast das, das ist schon cool. Aber tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, was ich besser fände, Simt oder Proton-Bus-Simulator, muss ich ganz klar sagen, also ich finde den Simt-Simulator am interessantesten halt von den beiden halt, ja. Der Proton-Bus-Simulator, der passiert jetzt auf einer Engine, die ich jetzt nicht so geil finde, ich weiß halt nicht, ähm, vielleicht ändert sich, oder hat sich das mittlerweile geändert, seit vielen, vielen Jahren halt, existiert die Unity-Engine und, äh, ja, da passiert ja halt auch immer was, ne. Aber ich weiß nicht, ich komme irgendwie an diese Engine einfach nicht ran. Und, naja, nochmal muss man jetzt so gucken. Vielleicht ist sie ja halt wirklich mittlerweile modbar und alles sowas, so totschick und hast nicht gesehen. Also Proton-Bus-Simulator, verstehe ich mich nicht falsch. Der ist schon hübsch, ja, also, aber ich weiß nicht. Mir gefällt irgendwie Simt so von der ganzen Aufmachung her. Klar, ich würde mir natürlich hier auch über, ja, so deutschen Content wünschen. So eine deutsche Karte oder sowas, aber, naja, da hast du zum Beispiel, da hast du jetzt nicht Drollibus oder sowas. In einigen, in einigen Orten natürlich schon, aber, weiß ich nicht. Also, ich finde das schon ganz gut, so wie die das hier machen. Ist halt auch ein bisschen was anderes. Muss ja nicht immer das Gleiche sein, ne. Und, äh, ja, von daher finde ich, machen sie alles richtig hier. Also, ich bin gespannt wirklich, wo es mit Sinn hingeht. Und falls man mich noch wirklich fragen sollte, wie gesagt, also, ein von den beiden Simulatoren wird es auf jeden Fall Simt werden. Proton-Bus-Simulator, wie gesagt, da gibt es auch noch so das eine oder andere, was wir uns angucken werden. Aber, ja, da bin ich nicht so mit Spaß dran, ne. Also, schon Spaß, weil mich das alles natürlich interessiert hat. Aber halt jetzt so wie jetzt, dass man hier einfach so rumcruisen kann, den Fahrplan irgendwie abfährt oder sowas, ne. Das ist schon ziemlich cool. Einfach mal, auch mal, einfach rennen, Straßenbahn, ne. Da hast du halt diese Vielfalt halt noch drin, ne. Den hast du beim Proton-Bus-Imulat zum Beispiel nicht, ne. Und, äh, ja, von daher, ganz klar. Oh, der wird fast 80 hier rum, hier. Wahnsinn. Wir haben immer noch ein Fahrgast drin. Das ist natürlich reiche Ausbeute. So, und damit schaut's aus, als hätten wir es geschafft. Könnten wir jetzt hier natürlich noch eine weitere Route auswählen. Ja, wir bleiben auf der 99. Und von... So, 901. Genau. Wundervoll. Haben wir das also hier auch fertig. Und, ja, das war's schon wieder. Das war eine weitere Folge Sim Simulator auf der Linie 99, dem Airport Shuttle. Kann sich natürlich auch sehen lassen. Ist interessant, hält aber nur zwei Haltestellen oder sowas, ne. Und dann hat man die größten Sachen auf jeden Fall hier abgeklappert, abgefahren hier. Aber zum einfach mal so rumgucken und sich mal die Stadt so ein bisschen angucken, ist die Linie natürlich, äh, doch relativ optimal, weil sie geht einfach so quer durch. Gibt natürlich deutlich größere Linien, ja, hier im Sim Sim Simulator, aber, naja. Wir wollen ja immer so ein bisschen was anderes auch gucken, ne. Nicht immer das Gleiche, sonst fühlst du halt immer zu einfach und, äh, zu langweilig. Und deswegen, ja, gerne einen Kommentar oder Like dalassen, was ihr von dem Sim Sim Simulator weiterhin haltet. Gerne, wie gesagt, auch mal eure Meinung dazu schreiben. Das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache, würde mich sehr interessieren. Und sonst, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als auch wieder Dankeschön fürs Zugucken. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder zum Sim Sim Simulator, würde mich sehr drüber freuen. Vielleicht geht's aber wieder so ein bisschen um Richtung Straßenbahn weiter, mal gucken. Aber da gibt's halt bloß zwei Linien, das ist halt natürlich ein bisschen schade. Aber was wird's machen, ne, was wird's machen? Dafür können wir uns die ganze Karte wirklich jetzt von A nach B hier komplett angucken. So, jetzt aber. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020